Beim nächsten Thema, da ertappe ich mich selber dabei. Häufig gärtnert man nur schön und wenig praktisch. Tierfreundliches Gärtnern, das zeigen wir Ihnen jetzt. Gefahrenquelle Nummer 1, Netze. Wenn die Stare in die Kirschen einfallen, wehren wir uns natürlich. Und das Einfachste sind Netze. Damit sie die Sicht nicht stören, nutzen Gärtner am liebsten grüne Netze. Aber die übersehen auch viele Vögel. Und so geschehen immer wieder vermeidbare Unfälle. Vogelfreundlicher und auch abschreckend sind blaue Netze, CDs oder Alustreifen, die wir in die Zweige hängen. Gefahrenquelle Nummer 2, Rasenroboter. Die leisen Mäher erleichtern uns die Arbeit enorm. Aber für alle, die im Gras leben, sind sie lebensgefährlich. Blindschleichen geraten immer wieder in das Mähwerk. Und auch Zauneidechsen und Igel werden oft von den Robotern überrascht. Helfen kann es, die Rasenfläche vorher abzugehen und vor allen Dingen nicht nachts zu mähen, wenn die meisten Tiere unterwegs sind. Gefahrenquelle Nummer 3, Lichtschächte. Manche Tiere wandern, wie die Kröten, hin zum Wasser und wieder zurück. Dabei fallen immer wieder einige in Lichtschächte. Allein kommen sie dort nicht mehr heraus. Helfen können wir ihnen mit einer Froschleiter, auf der sie ihr Gefängnis verlassen und zurück ans Tageslicht klettern können. Die Leiter sieht zwar nicht sehr naturnah aus, aber der Kröte jedenfalls scheint das egal zu sein. Schritt für Schritt, Zentimeter um Zentimeter arbeitet sie sich nach oben. Es ist mühsam, aber der einzige Weg hinaus zu den saftigen Regenwürmern und den leckeren Asseln im Garten. Gefahrenquelle Nummer 4, Aschenbecher. Wer nach getaner Gartenarbeit unbedingt Wert auf eine Zigarette legt, sollte darauf achten, die Reste der Glimmstängel nicht im Garten zu lassen. Nikotin wirkt auch auf Tiere wie ein Nervengift. Wird es ausgewaschen, sammelt es sich in der Nahrungskette an und vergiftet langsam unsere Gärten und ihre kleinen und großen Bewohner. Deshalb den Aschenbecher immer in die Aschetonne entleeren. Und schließlich Gefahrenquelle Nummer 5, die Regentonne. Je trockener die Sommer, desto dringender brauchen auch die Tiere im Garten Wasser. Einige wollen nur baden, aber die meisten haben einfach großen Durst. Jungvögel und Eichhörnchenkinder riskieren viel bei der Suche nach Wasser und fallen dabei oft in die Regentonne. Um die Tiere gar nicht erst zu waghalsigen Manövern zu verleiten, sollten wir die Tonne immer mit einem Deckel sichern. Auch Gartenteiche mit steilen Ufern und Swimmingpools sind gefährlich. Zwar nicht für Frösche, aber selbst die freuen sich, wenn sie an irgendeiner Stelle auch mal herausklettern können.